recht herzlich willkommen zur 117 folge vom corbel space programm ja rakete steht da schon habe ich ausgewählt und ja wir werden sie dann noch hoch bringen müssen und ja das denke ich mal werde ich dann im schnell vorlauf machen wie er das so schon in der letzten folgen gesehen habt dass wir dann da hoch kommen und den kleinen körper damit abholen gut okay dann würde ich sagen bis in ein paar minuten oder sowas so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt habe ich das ganze Werk positioniert und bin der guten Hoffnung, dass wir dann darüber wegfliegen. So ungefähr muss das sein. Ja, da müssen wir irgendwo hin. Es ist natürlich wieder dunkel da, das ist wieder nicht gut, aber das ist dann halt so, da müssen wir durch. Das bedeutet im Endeffekt jetzt so, ausrichten und dann langsam aber sicher, wenn wir oberhalb sind, dann abbremsen. Ich glaube, ich kann erstmal bis hier hin warten. Und dann müssen wir schauen, dass wir da irgendwo irgendwann runterkommen. Ja, aber ich denke mal, das werde ich auch wieder in der nächsten Folge machen. Das ist dann doch zu lang für diese Folge, schätze ich mal. Und ja, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch wieder mit dabei seid. Und bis dann, tschüss.